Was bringt euch als Zulieferer die Partnerschaft mit Best of Swiss Gastro? Wir kommen mit sehr guten Kunden in Kontakt, wir können unsere Bekanntheit steigern und positiv auch etwas für die ganze Gastronomie machen. Was sicher mega cool ist an Best of Swiss Gastro ist, dass man direkt bei unserer Zielgruppe ist. Ich bin jetzt verantwortlich für den Horeca-Bereich bei uns. Und wo trifft man mehr Gastronomen als mit dieser Plattform? Es ist am höchsten relevant für diese Zielgruppen und genau da wollen wir sie mit unserem Wasser. Und darum sind wir Sponsor. Also wir gehen als allererstes nicht an den Nutzen, sondern natürlich schlussendlich. Es sollte natürlich etwas geben, wo wir sagen, wir können davon profitieren, aber das ist nicht unser Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, wir sind in einer Gastronomie tätig und aufgrund dessen versuchen wir natürlich auch logischerweise versuchen, jetzt auch in einer schwierigen Zeit, die Gastronomie zu unterstützen. Und wir machen das aber auch vorher, weil ich denke, wir müssen auch können zeigen, was wir für die Gastronomie können machen und uns so damit auch vernetzen. Das ist eigentlich unser Hintergrund. Also Best of Swiss Gastro tut auch unsere ganze Kommunikation vermarkten, ist unsere Werbeagentur. Darum mit dem Andreas Krummes habe ich eine sehr lange und gute und intensive Verbindung, die uns überall in alle Gastrobetriebe hineinbringt. Und das führt zu Erfolg? Das führt zu Erfolg, ja definitiv. Also wir sind ja ganz neu dabei und wir sind seit 70 Jahren auf dem Markt immer ein Image gehabt als Innovatoren. Und jetzt ist es für uns besonders cool, mit den innovativsten Trendsettern der Gastronomie zusammenzuarbeiten.